So, wir fangen an mit Hübsch von You Looked Axel, let's go, da seh ich mich da drinnen, Digga. Mh, Maschella. Das Ding ist, ich muss mich gar nicht wundern, wenn ich jetzt in den ganzen Stream-Compilations nicht drin bin, weil ich natürlich halt so wenig gerade gestreamt hab, aber ich enjoy es sehr, hier die Vlogs zu machen und so, und ihr fühlt das ja auch sehr, aber wir schauen mal, Digga, wir schauen mal, let's go, auf geht's. Deutsch memes. You Looked Axel. Ich bin reich. Let's go. Deutsche Qualität. Bam! Ich bin back. Bam! Oha! Jo, Freunde, ballert mal die Kommentare voll. Oh nein, Digga, oh nein. Schreibt irgendwas für den Algorithmus. Oh nein, der Arme, Digga. Sobald jemand etwas Neues postet, diese Leute, die immer erster, kommentieren. Nein, immer noch zu hübsch. Boah, das ist so laut, Digga. Junge, You Looked Axel kriegt sie jedes Mal hin, mich taub zu machen, Digga. Jede gottverdammte Meme. Noch nicht feste genug. Warte mal eine Sekunde, ich muss... Oh, guck mal, guck mal. Und die Menge wird wahnsinnig. Oh, so ein schöner, guck mal, so ein schöner Feinchen. So eine geile Sache. So eine geile Sache. Ja, Sprengse, bla. Alles klar. Das ist für alle meine Baller, Mann und Baller dann auf alle, Mann in deiner, Mann, der Mann, der Fucker, Becker, deine Mama, von der Kamala, der Kanada, der Mann, mit der Garnemam is back, das ist Kohlegar, der Boah! Oh, Marc, Alter. Ja, Digga, du bist doch auch gekocht. Ich stehe hier gerade in der Küche und mache einen Nudelsalat. Weißt du, wie viel Wodka muss ich da reinmachen? Bro, das weiß jedes Kind, wie viel Wodka in den Nudelsalat reinkommt. In den Nudelsalat kommt natürlich zwei Flaschen rein. Bist du lost, Alter? Also ich weiß das auch nicht so genau, aber ich meine pro zwei Nudeln, zwei CL. Genau. Ich muss aber noch... Pro zwei Nudeln, zwei CL. Zwei CL sind 200 Milliliter für zwei Nudeln? 200 Milliliter für zwei Nudeln? Dann schwimmt es doch, der Wodka in Nudel. Nee, die Nudel schwimmen in Wodka. Zwei CL sind 20 Milliliter. Genau. Zwei CL sind 20 Milliliter. Centiliter? Ah, scheiß drauf, Digga! Ich muss genau in ein Rezeptbuch gucken. Alles klar. Um euch jetzt auf den Punkt der Dinge zu bringen, ich habe es nicht getan. Okay. Ich hatte kein... Okay, danke schön. Wenn das jetzt schon wieder hier geklippt wird, wird sofort weggebannt. Wenn das Clip wird gebannt. Kein Handy am Steuer und ich bin doch nicht so dämlich. Ich bin doch nicht so dämlich, wenn ich sehe, dass da vorne drei Polizisten sind, die direkt am Straßenrand auf mein Auto gucken können. Ich bin doch nicht so dämlich und halte mein Handy dann so neben den und tipp da rum. Auch Tanzverbot. Ich bin doch nicht so dämlich und halte mein Handy. Oha, Bro. Bro. Digger. Damit wird jede Frau geholt. Oh, was schon mal, Digger. Entschuldigung, ich höre jetzt zu. Na gut, also weiter. Und jetzt pass gut auf. Sieh dir diesen Marmor an. Stell dir die Skulptur vor, die du schaffen willst. Dann vorsichtig. Oh, was kommt geiles raus. Schade. Oh, oh, schön aus. Guck mal, wie definiert der junge Mann ist. Ist das so in Ordnung? Das ist wunderschön. Hier ist ein Italiener, da ist ein Inder, da ist ein friseurladen, da vorne ist ein Chinese, den Kiochischen, das erkenne ich nicht. Da vorne ist ein Japaner, das ist ein Marokkaner, guck mal, da ist auch ein Spanier, und da ist ein Franzose auch. Alles, alles. Hab ich vergessen, die Brasserie. Krass, krass. Ist mir noch nie so aufgefallen. Mein Dealer ist Gott, und mein Stoff ist die Meditation. Genau. Hey, Tobi. Wenn die jetzt sagen, dass irgendwie 80% davon Männer sind, ne? Digga, dann fahr ich zu deren Büro und kack den in den Briefkasten. Ein paar Sekunden später. Bei einer Befragung der Wikimedia Deutschland gaben 2016 nur 10% an, weiblich zu sein. Gut läuft, Digga, danke schön. Demgegenüber stehen 88% Männer und nur 2%... Action. Okay. Was? Ja, es kommt. Was? Was? Bro, ich hab das TikTok gesehen und ich wollte eigentlich so einen machen auf, yo, ich hätte gerne da vorne den Eistee. Monte, Monte. Aber dann habe ich es gemacht und es war überhaupt lustig und dann habe ich es einfach gelöscht. Ich bin schon wack, ich bin schon wack. Guten Morgen, guten Morgen. 12,12 Euro. Dankeschön, Bro. Willkommen bei Schild aufstellen, worauf ich den bitte benutzen? Oh, Junge. Oh, Junge. Marco Reus-Gedanken. Yo, hallo, ich grüße euch, ihr kennt mich wahrscheinlich schon von den anderen Verschärungsverkauf. Sascha, mein Name. 2, 1. Start building. Ja, ich kann nicht verstehen. Nichts gegen dich, Sascha Huber, aber... Marco Reus. Hallo und herzlich willkommen, Marco. Es ist eine Ehre, dass du mir nur stark bist. Danke, Deo. Boopa. Digger. Oh nein. Ach nein. Wann kommt denn mein Double-Sized-Trippel-In still? Ich bin grundsätzlich jegliche Form von Gewalt. Ich würde jemanden verletzen und deswegen gibt's bei mir sowas, okay? Das Ding ist, Simon ist wirklich, also er sagt immer nach außen hin so, ich bin Pazifist und so. Es ist alles gelogen. Unge ist jemand, der hat mich mit dem Schraubenziel in ein YouTube-Haus attackiert. Unge hat Dildos auf Fans geworfen. Unge hat Nasen von Handwerkern gebrochen und Unge hat hier tatsächlich, und das muss man sagen, ich war jetzt schon oftmals in seinem Schloss da oben. Und Unge hat ein Terrorregime hier aufgebaut, ja? Der hat hier wirklich, ja, die Leute hier haben Angst vor ihm. Die Leute haben Angst vor ihm. Wenn man hier ist, ähm, die Portugiesen, die vorbeikommen, knien sich vor dem Haus nieder, ja? Und Simon hat halt oben eine Waffe und der schießt doch einfach mal auf die Straße. Ähm, genau. Das ist insane, das ist insane. Weil, man kann doch alles mit Gewalt erklären, oder? Oder? Unge mit 50 Jahren. Das ist ein Baseballschläger. Wofür ist der? Ja, wenn hier einer klingelt und will ein bisschen haben, greift die Schwede, weißt du? Oder mehrere, weißt du? Achim aus Kurweiler! Achim! Oh, wieso haben die das als... Wie kann man seine Schuhe überhaupt so umdingen sehen? Ey, das ist so traurig, das ist hier einfach mein Clip, wo ich den Stuhl richtig aggressiv weggeklallt habe. Dass sie den rausgenommen haben. Oh. Oh, ich wehre gern der Stuhl. Jetzt richtig, jetzt richtig. Mit Schwung. Oh. Oh. Jetzt sind wir hier angekommen auf dem ADAC-Testgelände und ich kann mir schon vorstellen, was jetzt gleich passiert. Der Taika muss ja brutal werden, ne? Es wird eine krasse Erfahrung. Wir wünschen dir ganz viel Spaß. Und ich war übrigens auch schon mal hier mit dem Auto von meinem Vater. Da habe ich das Auto auch hier übrigens mehr oder weniger zerlegt. Wir gucken mal, was heute so passiert. Oh. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein. Nein, nein, nein. Ach, Bro. Tatsächlich hasse ich meinen Job. Okay. Hallo? Ja. Ne, ihr. Ja, 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 diese Doku ist so geil. Hä? Ich wollte nur gucken. Kannst du dich mal ganz kurz ausweisen? Das Ding ist, wenn Reef mir heute Abend eine reinhauen will, dann überlebe ich das auf jeden Fall, dann passiert mir nichts so. Was machst du da hinten? Ich wollte nur gucken. Warum? Ja, darf ich nicht oder was? Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht gucken? Warum warst du da hinten? Was ist das denn jetzt? Ach du Scheiße! Alter! Alle 100 Subs, die reinkommen, kriege ich in eine gewischt. Surrealix, danke schön für den Sub. Ach du Scheiße, zwei was aneinander? Alter! Oh, das ist ja nicht. Oh, Digga, erstmal Monka Toss, alter, wegen dem Copyright-Lied hier im Hintergrund. Er hat zum Glück Luft- und Raumfahrtechnik studiert und hat jetzt genau dafür gesorgt, dass hier, hier gibt es dann einen Kurzschluss und dann kriege ich einen brutalen Schlag. Also wir haben einen Cut- und Ausdruck, dann kann man das in der Abadantrieben und dann kriege ich weiter an. K writing bis auf jeden Fall mit Pause, um das in den Erdbeben zu zu führen. Schleitere Musik und dann ist das in die Abadantrieben. Hallo! Ups! So ist geil, so ist geil! Was passiert denn da, Junge? Der Gong erklingt, der feigt sich los! Einfach kompletter Film! Alter, was? Du hast keine Chance gegen mich! Mein Name ist Trimax! Junge, kompletter Film einfach stark! Starkes Meme! Hä, bin ich das? Ich weiß nicht, wie ich singe! Warte! Es ist Rezo! Ich habe es noch schlimmer gemacht! Egal! Ich regiert das! Ich mache das! Ich löste es!